Ey Leute, was geht bei euch? Heute, ähm, ja, die beiden Hauptbesitzer von dem Kanal mal wieder da. Julian, der sitzt neben mir. Ja, der hat ne Macke oder so'n Scheiß. Oder ist schwul, was ich wohl behaupte. Wir haben jetzt durchgezockt, ich bin auf irgend so'n High-XP-Server. Und, ach ja, das ist Technogods und irgendwie gefällt mir das. Guck dir mal die Grafik an. Oh. Lol, ich hab einen Kill gemacht und jetzt bin ich Level 13. Das ist epic. Oh, das gefällt mir. So, jetzt bin ich Level 18. Oh, gib mir das. Oh, G36. Juh, Leute, so kann's weitergehen hier mit dem Spiel. Hast du jetzt schon G36? Nein, warum kann ich... What? Dann laufen wir mal... Ist da wer? Hallo? Hallo? Sag mal hallo. Hallo? Hallo? Sag hallo? Oh, ich dachte grad, ich hab mein Mikro noch gemutet. Das wär voll dramatisch gewesen, ey. Das wär voll bitter gewesen. Ja, auf jeden Fall, wir zocken hier irgendeine schwule Hunde und ich werd' wahrscheinlich jetzt sterben. Ähm. So, wenn ich jetzt mal auf die Punkte gucke, Julian, es steht... 2.278.000 zu 4.355.000. Ja, Julian sitzt auf jeden Fall neben mir und zockt, äh... Battlefield? Nein, geh weg, Hobra. Hobra, Cobra! Was ist? Ich hab die Hände getötet. Was? Du hast'n... Was? Ich hab'n Eie gelegt. Julian hat'n Eie gelegt. Hahahaha. 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 Boah, das wär voll geil, Alter. Ich würd' den ganzen Tag nur Eier legen. Hahahaha. Boah, ich würd' so viele Eier legen. Ich würd' auch voll gern für einen Tag meine Frau sein. Warum? Ich würd' auch Eier legen, ne? Ja, ich würd' die ganze Zeit nur Eier legen, Alter. Ich wär' voll die Schlampe dann. Ich würd' die ganze Zeit nur selber mehr rumfummeln, oder was weiß ich. DO DOFEL COBRA! Ich hab' grad' mal vor Delta One probiert. Also da ME3, da kann man nicht spielen, weil dann solche komischen Arschlecker um die Ecke gekrochen kommen und dich töten. Ja. So, und ich mach' jetzt so ungefähr mal so 20 Kills, und dann mach' ich mal, lad' ich das mal als ein Video hoch, und dann, ja, können wir gucken, was passiert. Wenn wer anfängt zu weilen, oder irgendwas anfängt zu brennen, dann wissen wir, dass es fern... NAAIN, GEWER! NAAIN, GEWER! NAAIN, GEWER! NAAIN, GEWER! Was machst du da, ich bitte um... OOOOH! Hallo? Hey, hallo! Hey, hallo! Hör doch auf zu schießen! Hör doch auf zu schießen! Hör doch auf zu schießen! Nanananananananananananana... Aua! A-A-U-A-U-A-U-A-U-A-A-A-A-A! Läu, warum bin ich so schnell? Ich hab' Speedtech! Nanananananananana... Nein, du hast diese, äh, Anti-Baby-Pil... Das ist ne Spritze! Anti-Baby-Spritze! Pfff! Hahahaha! Hahahaha! Warte mal kurz! Optionen! Controls! Actions! Achso! Du hast keine Action! Nein, ich hab das nicht... Geh weg! Geh weg, Predator! Du hast trotzdem keine Action! Du hast keine Action! Du hast keine Action in deinem Leben, du Spassi! Wo schlappisch du? Ey, keine Beleidigung! Wie? Spassi! Spassi! Arschlecker! Arschloch, Hitler! Hahahaha! 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 Hitler war ein Dummi! Er hat voll nach Arsch gepumpt! Hahahaha! Hahahaha! Ein Hauss mit... Ein Benutzungsgummi! Hahahaha! Warum ist das so unscharf? Mit einem Ei! Das ist voll unscharf! Mit einem Ei! Mit einem Ei! Mit einem Ei! Der Patrona! Dieser Riyayu! Hat er gesagt. ACH! Ähm! 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 Ja. Julian, wie spät haben wir es eigentlich? Keine Ahnung. 6 Uhr. Der! Der hackt! Der hackt! Das! Guck mal! Der hackt! Ey! Der hackt! 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 Warum hackt der? Warum macht der sowas? Der hackt! Der hackt! Warum macht der sowas? Der hackt! Der hackt! Wer hat? Der hackt! Boah, der ist voll gestorben, Alter! бор! Der hackt! Der hat mich um die Ecke geschossen! Ja, angeblich ist der im Faiz Clan. Faiz lässt nur Engländer rein, aber ist ja egal. Das ist ja sportlich! Kennst du Faiz! Den Clan Faiz! Der soll ja gut sein, und irgendwie sind das nur Engländer. Und irgendwie bin ich jetzt voll krass gestorben, fast. Ich hab Anti-Baby-Spritze, Alter! Boah, das hat geklappt! Ich hab Kill geholt! Nein, mit der Anti-Baby-Spritze! Boah, die ist geil, ich will die nochmal! Boah, dieses Spiel ist immer noch unspielbar, bloß für euch Freunde bei Youtube hier. Ähm, ja, Freunde der Liebe. Schwuchtel. Achja, über welches Thema wollten wir heute reden? Alle Hacker! Nein, wir reden heute mal über Hacker. Also, Hacker ist... Hacker sind immer noch am schlimmsten. Weil Hacker freuen sich, dass wenn sie einen Kill kriegen, dann sind sie so stolz, dann rennen sie zu ihrer Mama, keulen sich dabei ein, die Predator war voll doof und hat mich nicht getroffen! Dumme Predator, Alter! Die waren bestimmt dumm! Warte, wir wollten über Hacker reden! Man, Julian, jetzt hört die Fresse uns, kriegst du einen Pornhals! Mann, Julian, jetzt sei mal leise! Achja, und Julian und ich wollten das auch vielleicht so machen, dass wir zusammenlegen, also Julian und ich, wir sind jetzt sozusagen schon Brüder oder so, oder schwuchteln? Nein, ich hab ne Freundin, also von daher. Ähm... Und der auch, also... Ähm... Dass wir vielleicht zusammenlegen und uns ne HD-PVR holen und dann PS3 oder so zocken. Also der Omega V6 oder wie der heißt, also der Majoon, der auch mit auf diesem Kanal ist, der zockt Xbox, bloß der hat seine irgendwie geschrotet, in den Popo geschoben. Ich weiß nicht, was er mit dem Ding gemacht hat, dann geht das Gehäuse von der Xboxes ab. Und irgendwie funktioniert die trotzdem. Dann ruft mich letztens zu ihm hin, er... Äh... Ich brauch Kühlpaste! Ich so, äh... Warum? Er so, äh... Weil es kaputt! Ich so, äh... Warum? Und dann er, äh... Wird zu heiß! Und dann ich so, äh... Haha! A230, ein Schuss reicht, um mich zu töten! Guck mal, ob die auf mich schießt! Die sieht mich gar nicht, die ist voll dumm! Guck mal, ist die dumm! Boah, ist die dumm! Die ist so dumm! Da kommt ein dicker Schuss! Nein! Achja, so... Ich glaub, wir machen mal die Aufnahme hier zu Ende, weil ich muss erstmal vernünftigen Server suchen. Und haut rein, Leute! Bis nächstes Mal! Tschüss! Sag mal vernünftig! Alla Hacker-Bärt! Ja, Alla Hacker-Bärt!